so einen wunderschönen guten morgen ich begrüße ganz herzlich zum guten morgen börse gemeinsam mit xdb heute am donnerstag den 7 september 2023 und gemeinsam wollen uns einen blick gönnen zum einen auf das übergeordnete bild des kratzer bekommt ausgehend von dem jetzt jüngsten wieder erfolgten drop unter die fünf taglinie sowohl im s&p 500 als auch im erstag 100 und wir wollen ganz besonders ausgehend hiervon und dem eher skeptischen bild was man skizzieren kann einen blick werfen auf die earnings von einem aktuell oder beziehungsweise nicht nur aktuell sondern schon seit monaten heißen aktien einzeltitel nämlich c3.ai wir haben gestern nachwösslich zahlen vorgelegt die waren okay und das ist das problem okay zahlen für einen wachstumstitel sind immer so ein bisschen mit vorsicht zu genießen aktie gebt er daunen sieben prozent das kritisiert sich heraus und vor allem wir haben ein schlüssellevel gegen das wir potenziell riskieren können bzw traden können eventuell heute und genau darauf wollen wir dann in wenigen minuten einen blick werfen und dann genau das szenario entsprechend thematisieren bevor wir offiziell starten zunächst ein blick auf den risikohinweis devisen und cfd sind komplexe handelsinstrumente die werden auf margin getraden gehen mit dem hohen risiko einher schnell geld zu verlieren sind ausgehend hiervon nicht für jeden anleger geeignet bevor man mit dem handel beginnt erstellen man bitte sein persönliches risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen finanzberater hat er sich dann auf xtb.com slash de kostenlos eine demo herunter test der handel risikofrei und schau ob der handel mit diesem produkt sich für ein eignet sofern man das für sich mit ja beantworten kann hat man natürlich auch die möglichkeit ein live konto zu eröffnen diesbezüglich auch alle informationen auf der webseite xtb.com slash de nutzt auch gerne die möglichkeit den deutschsprachigen kundensupport im berliner büro anzurufen für fragen rund um die konto öffnung logischerweise aber auch zur produktpalette zu den risiken die cfd fx produkten innewohn und so weiter und so weiter dort steht man euch gerne mit rat und tat zur seite dann einmal in persönlicher hinsicht alles was ich jetzt in den folgenden minuten präsentiere bitte nicht als anlageempfehlung missverstehen es handelt sich um rein informatives rein edukatives event keine anlageempfehlung solltet ihr fragen haben könnt ihr diese jederzeit gerne natürlich stellen am besten in der kommentarfunktion bei youtube unterhalb des videos ich würde die dann entweder schriftlich beantworten oder auch im nächsten guten morgen würde sie hier gemeinsam mit xtb entsprechend eben beantworten hier haben wir die kontaktdetails von xtb xtb als broker kurz vorgestellt bis der cfd brokers jahrs 2023 ausgezeichnet von brokerwahl die gründe dazu geführt haben seht ihr hier einmal in der mitte aufgelistet und ein grund der sicherlich einen ganz wesentlichen dazu beiträgt dass xtb diesen award gewonnen hat ist die xstation auf die wir jetzt in diesem moment einen blick werfen wollen ich habe hier schon mal den chart vorbereitet von c3.ai und wir sehen wir zoomen ein bisschen raus um ein übergeordnetes bild zu sehen wir sehen ja ein ein riesen run das ist jetzt ein 30 minuten chart der ist irgendwann zu ende wir kommen ganz weit von unten haben zwischenzeitlich eine fast verfünffachung des aktienkurses gesehen um die 10 dollar sind wir ins jahr 2023 gestartet und sahen dann ganz besonders hier über die mai monate ja so kann man es glaube ich relativ gut zusammenfassen ungefähr 18 dollar eine vervielfachung des aktienkurses erneut mit einem top out gegen 50 dollar also tatsächlich knapp drunter 49 ungefähr das war mitte juni und dann von hier einem relativ scharfen pull in rücksetzer einem driften aufwärts und einem top out anfang august gegen ungefähr 45 erneut mit dann einem tieferen hoch was sich ausbildet und dann einem gap und kontinuierlichem halten unterhalb der fünf tage linie also ein insgesamt bärisches umfeld in den letzten wochen dann sind wir jetzt in solch eine konsolidierung übergegangen seitwärts und wir zeigen an dieser stelle dass wir vielleicht nach unten erst mal fertig sind vielleicht das nächste auf die wären zu sehen bekommen wenn wir die fünf tage zurück erobern aber die markteinnehmer werden zurückhaltender über die letzten tage ganz besonders warum nun höchstwahrscheinlich weil jetzt die earnings angestanden sind gestern und wie ich schon gesagt die sind eher mixed veröffentlicht bauen die sind jetzt hier noch nicht eingefangen aber wir werden gleich im nach einem nachbörslichen handel werden wir einen blick darauf werfen können wo wir jetzt ungefähr aktuell stehen auch im hinblick auf die gehandelten stücke und dass das durchaus signifikant ist also was wir jetzt erst mal haben ist sind die earnings von c3.ai gewinn pro aktie 9 cent verlust das ist ein bisschen ich habe das leider leider falsch aufgezeichnet normalerweise setzt das in klammern um den verlust auszuweisen und ich habe hier aber eine klammer vergessen um das zu schließen nach der neuen also verlust von 9 cent gegen einen erwarteten verlust hier von 17 cent sales 72,4 millionen gegen 71,59 also leicht besser als erwartet also die zahlen als solche solide aber noch mal ganz kurz das ist jetzt eine andere aktie gestern nachbörslich zahlen vorgelegt hat können wir vielleicht auch einen blick drauf werfen morgen in der nachbetrachtung falls sie heiß sein sollte aber die aktie hier kann man sehen after hours bei market watch gap down minus sieben prozent und wir sehen an dieser stelle 4,96 millionen stücke die entsprechend gehandelt worden sind bei 29 dollar also das bedeutet irgendwie nimmt der markt diese zahlen doch nicht so positiv auf und das hat damit zu tun wir reden von einem wachstumsunternehmen und wachstumsunternehmen die zeichnen sich eben durch ihre wachstumsausblicke ganz besonders aus und die waren naja so ehrlich gesagt wir haben ein total revenue für das jetzt laufende quartal erwartet zwischen 72 bis 76,5 millionen der estimate der durchschnitt also seitens der wachstum erwartet bei 73,81 ziemlich im bereich der erwartung also wenn ich jetzt hier so mittelwert ausrechnen würde würde ich sagen landen irgendwo raum gebaut bei 74 74,5 eventuell mit viel wohlwollen das ist leicht besser als die erwartung aber eben nicht substanziell besser auch das vollständige jahr full year also f y 24 steht für full year 24 wird der umsatz erwartet zwischen 295 bis 320 estimate lag bei 308,2 millionen 25 ist der mitte die mitte ungefähr 12,5 also 295 bis 12,5 sind 307 308 also auch ziemlich genau in dem was die wallstreet erwartet hatte und nochmal das ist genau der punkt du hast ein wachstumsunternehmen du willst wachstum sehen du willst einen stärker als erwarteten wachstumsausblick geliefert bekommen wer dann auch in der lage ist entsprechend eben die aktie zu befeuern und genau das bekommen wir nicht zu sehen und genau deswegen das gap down mit auch der entsprechenden mit dem entsprechenden interesse uns interessiert es aber besonders natürlich wie handeln wir denn das also was kann man daraus machen und die struktur hier die gefällt mir richtig gut weil wir nämlich deutlich erkennen können auf der 30 minuten ebene hier im bereich dieser dieser jetzt dick markierten blaufarbenden linie das ist ziemlich genau die 30 dollar marke und unter die sind wir jetzt gerutscht wir halten unterhalb dieser das ist auch interessanterweise bei genauerer betrachtung wird man das feststellen der durchschnittlich vom markt auf die earnings gestern bezahlte preis also die 5 millionen stücke die danach plötzlich gehandelt worden sind durchschnittlich gehen 21,8 millionen stücke in der c3.ai um also rund ein viertel des durchschnittlich gehandelten volumens ist da umgegangen der durchschnittlich auf diese gehandelten stücke bezahlte preis lag bei 8 und lag bei 30 dollar das bedeutet halten wir drunter dann ist das ganz klar signal dass die bären in charge sind und wir haben auch ein level gegen das wir action erwarten beziehungsweise eine reaktion beziehungsweise dann ausgehend hiervon eventuell auch ein trade in der lage sind abzusetzen kommen wir rein zur eröffnung wir popen kurz rein in die 30 aber wir halten unterhalb kontinuierlich dann wäre das für mich ein zeichen dass offensichtlich weiter verkaufsdruck in der aktie vorherrscht und das ausgehend hiervon dann bei trabwertsdynamik erwartet werden könnte die uns mindestens in richtung der 28er gefilde eventuell führt also der jüngst etablierten tiefs die sich hier eben in form dieser zweiten unteren blau familie eben herauskristallisiert haben wir haben auch dann eine ganz klare entscheidung in dem moment wenn wir nicht abkippen mal angenommen wir laufen an die 30 dran wir laufen über die 30 drüber und wir halten oberhalb der 30 also vielleicht 30 20 wie so roundabout und das für ein zeitfenster von 20 30 minuten 25 minuten vielleicht das wäre für mich ein klares signal dass doch keine version ist vorhanden wäre und dann möchte ich nicht schwarze ich möchte auch nicht long sein das will ich ganz ehrlich sagen dafür möchte ich erst hier ein close oberhalb auch die fünf tagelinie wie zu sehen bekommen klares signal okay sind gut verarbeitet worden die earnings auch das ist eine option die sollte in betracht gezogen werden aber gegeben den aktuellen umständen würde ich sagen halten wir unterhalb von 30 in c3.ai dann wäre ich short mit mindestens ziel 28 für den day trade eventuell auch für ein bisschen weitere abschläge in den kommenden tagen sollte weitere abgabedruck auch seitens der breiten wall street eben kommen auf die wir noch mal kurz einen blick werfen wollen sowohl der spider hier der sp y also der etf auf den s&p 500 als auch die queues der nasdaq 100 etf sind gestern durch die vorgaben die waren jetzt nicht super bearish aber wir sind dennoch unter die fünf tagelinie gerutscht und das kratzt so ein bisschen am insgesamt bild jetzt sind wir das ist in der vergangenheit häufiger vorkommen es ist nur eine orientierung also wir sollten das noch nicht zu groß gewichten aber im vergleich zu den vorgaben letzte woche besonders ab dienstag trübt sich das bild hier zunehmend ein und jetzt ist tatsächlich sogar spannend zu sehen wie die europäischen indizes reinkommen denn wenn die europäischen indizes in form des daxes beispielsweise sich bärisch präsentieren dann würden wir natürlich auch hier im falle der queues beziehungsweise s&p erst mal mit gegenwind reinkommen das hieße nicht dass der gegenwind da fortgeschrieben wird aber es würde zumindest mal die wahrscheinlichkeit erhöhen dass sich das bild hier zunächst erst mal nicht weiter aufhält und in dem zusammenhang blicken wir mal ganz kurz auf den dax der ziert sich noch so ein bisschen handelt aber in einem potenziellen schlüsselbereich das ist hier der dax ist auf fünf minuten basis im bereich um die tiefs von gestern wir sagen kurz ein flash tiefer kurzer spike höher so wirklich eine gegenwirkung wird nicht aufgebracht wir erinnern uns kurz dran wir handeln in anführungsstrichen auf des messers schneide im das also kommt hier abgabedruck auf machen wir jetzt neue tagestiefs dann ist nicht nur sehr wahrscheinlich dass wir eine attacke eben hier auf die tiefs zu sehen bekommen die auch aus der tagesebene ganz wesentliche rolle spielen sondern es ist eben auch dann wahrscheinlich dass die us märkte mit etwas gegenwind reinkommen und sollten dann die werden das zepter an sich reißen und abgabedruck auf den weg bringen wäre nicht auszuschließen dass der dax hier ebenfalls einen break unter diese wichtige unterstützungsregion um 15 500 15 600 zu sehen bekommen und dass der wegbereiter ist für weitere abschläge die uns sogar in richtung 15.000 führen also durchaus interessantes bild auch wenn sich das derzeit training technisch nicht darstellt und nichtsdestotrotz alles noch ja ausmachbar abwartbar wie gesagt sollte sich die short seite besonders herauskristallisieren übergeordnet der markt sich eintrüben dann sind wir wieder bei c3.ai eine aktie die er durchwachsen jüngst performt hat auf die earnings vielleicht auch performt und infolgedessen vielleicht ein interessantes play ist das war es meinerseits gewesen happy trading passt auf die sobs auf wir hören uns wieder am freitag also morgen hier zum guten morgen börse gemeinsam mit xcb ich freue mich drauf habt euch wohl bis dann und tschüss bis dann Vielen Dank.